Hier ist einfach gut zu drücken. Das Ding habe ich vorhin verdorrt. Irgendwie mega schmerzhaft ist es nicht. Ich glaube mit der Zeit wird schmerzhaft dann. Wir gucken euch mal zu in welches Lämmen hier vorne liegt. Aber jetzt kommen die Blitzschläge. Ich finde die in die Steuerung. Nein. So eine Kacke. Du hast deine Brille nicht aus. Das schlägt mich gar nicht. Oh Scheiße. Ist das heiß? Scheiße wird das jetzt heiß. Gibt es zwei Quellen? Ja. Warum sonst für ein Scheiße eigentlich? Da kommen leichte Elektroschocks rein. Die sind ja gar nicht schmerzhaft die Elektroschocks. Die dürfen ja auch nicht litrig sein. Das wird ja irgendwie nur leicht heiß. Ich ziehe es doch. Das ist gar nicht warm. Das ist gar nicht warm. Was ist das? Ahhhhhhhhhhhhhh. Komm. Wenns sind nur der Lange. Ohhhh. Jetzt alle sind warm. Danke schön.